Slash Imagine Paparazzi Foto Oh mein Gott nein Of Thomas Gottschalk In 1994 NEIN Tobi Tobi Das stört mich da unten gar nicht Wie macht man den Kleiner? Ich glaub Netz Ja oder Hyde Hyde irgendwie sowas Hyde 49 ist gut Mugshot He committed A crime Ich nehm die Arbeit für den Für mit Ah Bruder scheiße Er ist kluuuuus Ne? Ja Einer noch Stairs Combot bad So ehrlich Darf Nikolas nicht den Sport verlassen? Hat er Verbot bekommen? Hat er sowas wie Er wird festgeleint Ausgangssperre Also Was War jetzt Er ist warm Er war es halt wirklich ne Sascha Hey Sascha Beruf dich Thomas Gottschalk hat's getan Guck dir das Bild an hier Seht ihr das Bild? Es ist halt hier ein offizieller Mugshot von Thomas Gottschpreiz Leider Man chat woher kommt das mit Deutsch Was hat der denn gemacht? Es Was denn Einen Mord Das ist krass Das unten links hier Sieht halt aus wie ein echtes Foto ne? Es ist wirklich verrückt Thomas Gottschlag 1994 What the fuck? This is fucked up man